Willkommen zurück zu Papers, Please, der Video-Guideform. Ihr kennt das Spiel, wir sind hier beim Ende 8 und es beginnt am 16. Tag. Also nicht es beginnt, sondern ab dann besteht die Möglichkeit, dieses Ende auszulösen. Ähnlich wie bei Ende 6, das wir schon hatten, ist es hier nämlich gegeben, dass wir zuerst diese Waffe dazu brauchen, die ja hier beschrieben wird. Das heißt, ohne diesen Schlüssel, der sich hier links verbirgt, können wir das Ende gar nicht auslösen. Und das Ende selbst muss auch nicht am 16. Tag sein, sondern irgendwann ab dem 16. Tag. Denn wir können das Vorgehen, sobald dieser Alarm ertönt, können wir den Schlüssel benutzen und ab da die Waffe aus dem Schrank nehmen und die Gefahr abwehren, wie das hier stattfinden würde. So wäre es eigentlich korrekt. Nicht das untere, sondern das obere. Nehmen, die Waffe an sich, reißen, zielen und den Terroristen ausschalten. Das wäre es eigentlich richtig. Wenn man es aber falsch macht, dann sieht das so aus. Waffe nehmen, zielen und... Und... Naja, die Wachen ausschalten wäre ja auch eine Möglichkeit. Allerdings nicht die richtige. Ach, herrje, herrje. Vielleicht haben sie irgendwelche Schulden nicht bezahlt oder ich habe sonst eine Wut auf sie... Na, jedenfalls, you're under arrest for attacking astronaut's dots gun, official. Verhaftet worden. Man sollte nicht auf die offizie... Mitarbeiter schießen. Ist nie gut. Das Arbeitsverhältnis ist dann gespalten. Sollte man also nicht machen. Der Penalty is death. Also im Unterschied zum Ende 6 geht's jetzt hier direkt zur Todesstrafe. Die Arbeit geht, wie so oft, einfach nur weiter. Glory to Astorzka! Und damit ist das Ende 8 von 20 erreicht. Gleich wie das Ende 6. Der Unterschied ist halt einfach hier sterbisch. Oh, aber sonst nicht viel erreicht im Leben. In dem Sinne, wir sehen uns bei den anderen Enden wieder.